Herzlich willkommen bei den Möbelmachern in Untergrumbach, direkt neben Hasbuck im Nürnberger Land, zum Nusshörter 148, bei dem wir Ihnen unseren Kundenküchendienst oder Küchenkundendienst vorstellen wollen. Denn was beim Auto selbstverständlich ist, macht auch in der Küche Sinn. Natürlich nicht so oft, aber alle paar Jahre könnte man die Öloberflächen pflegen, die Türen und Schubladen nachstellen und damit das gute Profil der Küche wiederherstellen. Dafür geben wir Ihnen gerne Tipps oder übernehmen das auch komplett für Sie. Aufwand und Kosten können wir im Vorfeld abschätzen. Rufen Sie uns einfach an, wir kommen zu Ihrem Wunschtermin. In diesem Newsletter verraten wir, wer unsere Massivhocker, Schneider oder Brotzeitbretter dank der Tipps zu unserer neuen Küchenhomepage gewonnen hat und wir bieten Ihnen unsere Kochworkshops oder Kochkurse an. Beim letzten haben wir ein paar Fotos zur Inspiration gemacht, aber wir richten uns ganz nach Ihren Kochvorlieben. Für die vielen Menschen, die leider nicht zu unseren Werkstatttagen kommen konnten, haben wir die tollen Erlebnisse mit Fotos, Videos und Zeitungsartikeln gesammelt und Sie können sie im Newsletter anklicken. An den beiden Tagen der offenen Tür und auch davor und danach gab es viele Führungen durch unser Holzlager, die Werkstatt und die Ausstellung. Wenn Sie an der regionalen Waldschöpfungskette auch mal Interesse haben, organisieren wir das gerne für Sie. Wir freuen uns auf Ihren Besuch in Untergrumbach, vor allem jetzt im Zeichen der Sonnenblume und bis bald! Die schönste Jungfrau sitzend, dort oben wunderbar, ihr holt, dass ihr Schweine blitzet, sie kämmt ihr goldenes Haar. Und dann haben wir das gerne in der Nähe des Haar-Ton-Ton-Ton-Ton-Ton-Ton-Ton-Ton-Ton-Ton-Ton-Ton-Ton-Ton-Ton-Ton-Ton. Bis zum nächsten Mal! Vielen Dank.